hat sie noch mal irgendwas dabei irgendwas hilfreiches kleine schlüssel schlüssel karte 10 10 senden hamster schallplatte glas pepsi dose käse zerbrochenes ketchup salat kettensäge alte platte pinsel schlüssel hilft uns alles nicht wirklich weiter okay ich würde sagen ich probiere mal wiederum wir sehen uns gleich wieder so und ich bin mal wieder sehr gespannt wie wir jetzt vorankommen zum einen sehe ich mich jetzt hier noch mal um denn eine kassette fehlt uns auf jeden fall noch denn wir haben ja einen kassettenrekorder und einen schallplattenspieler oder grammophon gesehen und eine kassette fehlt uns definitiv noch wo genau wie die jetzt herkriegen bin ich mir nicht ganz sicher auf jeden fall können wir da noch mal was anstellen und uns fehlen natürlich noch einige schlüssel so hier nach draußen finden wir das es gab ja noch einen vorratsraum wir gehen einfach mal kurz die räume durch wieso hat dr fried eigentlich überhaupt die unsere freundin entführt das ist auch eine gute frage ne und geiler kühlschrank warum hat er sie überhaupt entführt naja erfahren wir wahrscheinlich am ende vom spiel hier ist der vorratsraum ok die tür können wir auch nicht öffnen aber wir haben doch jetzt bestimmt oder benutze selber schlüssel benutze selber schlüssel mit der tür ja ja ein ein neuer raum hier ist ein radio ich komme nicht an dann gehen wir einmal hier rum was wird denn jetzt gelandet so da gehe ich nicht hier runter der ist doch voller wasser mi 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 immer nur am rumheulen dann öffnen wir mal ach wo sind wir jetzt garagentür ähm oh ok wir wasserhangriff jawohl haha natürlich ist er hier ok wird ätzel achso dann ist wahrscheinlich der wagen von et oder so können wir den öffnen kofferraum ist abgeschlossen ähm benutze kleiner schlüssel äh warte kleiner schlüssel mit das klappt so nicht weißt du na silberner schlüssel der wird ja wohl auch nicht funktionieren hier schlüsselkarte brauchen wir wahrscheinlich später 10 cent 10 cent hamster manuskript gelber schlüssel benutze gelber schlüssel ja sehr schön ja wir kommen voran ich freue mich ich freue mich wir nehmen den kasten hier mit und werkzeuge können wir uns die irgendwie nochmal ansehen oder da steht nichts drauf steht hier noch irgendwas aufkleber dann lesen wir uns mal den aufkleber ich herz in die ok was auch immer das jetzt wieder zu bedeuten hat können wir den mitnehmen den aufkleber ne wir haben jetzt einen Wasserhahn beim Wagen fehlen übrigens die Reifen auch schön sind voll die Psycho Leute warum rufen wir eigentlich nicht die Polizei die entführen uns und die wollen uns ans Bett fesseln und irgendeine kranke Scheiße ich weiß nicht was ich davon halten soll es ist mir nicht ganz äh koscher hier generell ist mir hier nichts koscher genug so gehen wir mal durch so wir haben jetzt einen Wasserhahn das heißt eigentlich war ich auf der Suche nach einer Kassette oder ist auch schön ne ich gehe hier irgendwie rum will eine Kassette suchen und jetzt habe ich einen Wasserhahn gefunden macht auf jeden Fall sehr viel Sinn aber eine Kassette finde ich hier gerade nicht ist hier irgendwo eine Kassette nicht dass ich wüsste hm vielleicht hier rechts irgendwo nochmal hier kann ich das hier öffnen wir öffnen mal äh einschalten da ist keine Kassette drin oben war doch nochmal ein Kassettenrekorder Kassettenspieler ah hier ist Treppe Treppe ist zur Zeit außer Betrieb Lampe 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 schalt die Lampe ein äh drücke benutze Lampe klappt nicht Lampe äh einschalten komm schalte Lampe ein ja schalt ein ah jetzt ah eine Bibliothek Treppe ist außer Betrieb das macht einfach furchtbar viel Sinn ja hier ist ein Telefon können wir das vielleicht benutzen und die Polizei rufen scheint kaputt zu sein haben wir das jetzt mitgenommen achso ne bei denen ist auch alles kaputt ne liegt hier irgendwas drin Sofa Stuhl Sessel Lampe ne die lassen wir mal ist hier irgendwas drin hallo ich suche besonders dass wir da einfach nicht trotzdem hochgehen was macht das für einen Sinn außer Betrieb macht auf jeden Fall wieder furchtbar viel Sinn ah geht so lose ich hab was gefunden lose Platte da da ist irgendwas hier ah ja da ist ne Kassette wir haben ne Kassette gefunden yes Archivment Get alter okay freu mich grad ein bisschen alter Schwede ist aber ein geiles Spiel ist wirklich geil also irgendwie wenn man sich überlegt ich mein das Spiel ist von 1987 das ist äh 25 äh 27 Jahre alt alter ist das krass 28 oder hab ich jetzt richtig gerechnet ich glaube ja 28 Jahre boah das ist krass also 28 Jahre ist echt krass Leute haben sich das überlegt okay wir haben jetzt ne Kassette war jetzt nicht hier irgendwo noch ein Kassettenspieler ne der war hier drüben es gab auf jeden Fall mehrere Kassettenspieler da bin ich mir jetzt mal sicher und wir haben jetzt ne Kassette das heißt wir gehen jetzt einfach mal hier hin ähm benutze Kassette mit hier Kassettenspieler äh einschalten was was heißt hier hä ich hab da eben ne Kassette eingelegt äh sie läuft noch achso die Kassette ist wahrscheinlich leer so rum jetzt macht's Sinn so wir haben die Kassette wieder wir gehen jetzt nochmal die Treppe hoch und wir haben jetzt einmal ne Schallplatte wir haben irgendwie mehrere Platten verwirrt mich auch ein bisschen und wir haben eine Kassette das heißt wir gehen erstmal nach oben kann ich irgendwas machen ne wir war das hier drüben das Musikzimmer genau das ist hier dann können wir doch jetzt einmal ne Kassette einlegen und zwar nehmen wir die Kassette ne benutzen wir die Kassette zusammen mit dem Kassettenrekorder und wir nehmen nochmal eine Schallplatte und äh legen die genauso ein das heißt einmal äh benutze ich weiß jetzt nicht welche Platte wir benutzen sollen die alte Platte oder die Schallplatte keine Ahnung Schallplatte die legen wir da jetzt mal auf und wenn wir jetzt hier einschalten ok er nimmt auf und dann machen wir das hier an ok dann schalten wir wieder aus und dann schalten wir auch ihn hier aus ich hab die Aufnahmen abgebrochen ja können wir die jetzt wieder mitnehmen jetzt haben wir doch wieder ne Kassette dabei können wir die jetzt unten abspielen das wär jetzt die Frage aber was uns das jetzt bringt weiß ich nicht ehrlich gesagt ich probier hier gerade nur so ein bisschen wild rum aber wir haben hier jetzt eine ich hoffe er hat's jetzt ganz normal auf der Kassette aufgenommen so jetzt ähm boah das Spiel das dauert also stört mich natürlich nicht dass es ein bisschen geht nur ich hätte ähm das Spiel kann man nicht wirklich schnell durchspielen und deswegen aber ich glaube es liegt einfach daran dass ich's noch nie gespielt habe und wenn ich das Ganze schon öfters gespielt hätte dann wüsste ich wahrscheinlich auch was zu tun ist macht Sinn ne ähm ja ja es hat funktioniert genau das war geplant da liegt ein Schlüssel rostiger Schlüssel und für was kann ich jetzt welchen Schlüssel benutzen ich hab keine Ahnung ja Moment jetzt muss ich kurz überlegen wir haben wir haben noch ein Wasserhahn dabei wir können Dinge machen ja Leute wir können was erledigen ich hoffe die äh ich hoffe euch gefällt das Ganze weil ich ja jetzt gerade des öfteren ein paar Retro Point & Click Adventure spiele weil mir die echt viel Spaß machen und da gibt's natürlich auch einen Haufen guter Qualitätsspiele drin also hier Maniac Mansion Day of the Tentacle äh Sam & Max Hit the Road sind sehr großartige Spiele kann man also nichts sagen und vielleicht gibt's auch ein paar jüngere Zuschauer denen ich die Spiele etwas näher bringen konnte und wie gesagt der Unterschied ist jetzt auch dass ich bei Sam & Max und äh bei Day of the Tentacle da kannte ich das Spiel schon bei Maniac Mansion wiederum ist es komplett blind wie schon erwähnt also ich spiele das gerade das erste Mal von daher warte ich hier rechts geht's zu Ted rein mit dem Playboy er steht hier noch finde ich gerade schön irgendwie weil er gerade hier von dem Kalender steht das ist jetzt aber Zufall aber sehr schön nice oh man ne benutze Wasser und mehr ja man ist auch noch nicht daneben geklickt benutze Wasserhahngriff mit ja es hat funktioniert sehr gut benutze Wasserhahn Wasserhahn der ist hier ne nicht Fenster ne Moment weil sie jetzt gerade davor steht genau jetzt benutze Wasserhahn achso ich muss ihn ne gehe zu benutze drücken ah ne schalte ein wahrscheinlich ja ah Moment mir ist gerade was klar genommen ruf doch mal an Edna 5235 das ist jetzt was da steht nichts drauf ähm ruf doch mal an Edna 5235 aber wo haben wir ein funktionsfähiges Telefon mit dem wir anrufen können das ist jetzt die Frage habe ich nämlich keine Ahnung ehrlich gesagt und ich würde ehrlich gesagt nochmal gerne ins Verlies runter weil wir ja jetzt ein paar Schlüssel haben so öffnen ok ja die kann uns jetzt mal gefangen nehmen bitte dankeschön uns will sie natürlich nicht ans Bett fesseln ok das ja das ist irgendwie wäre beides komisch aber Dave will sie natürlich ans Bett fesseln ich glaube die alte ist ein bisschen alleine und hat Bedürfnisse so wir haben Schlüssel ganz viele rostiger Schlüssel benutzen wir den mal ok der braucht jetzt zwei Schlüssel für die jeweiligen Schlüssel oder ok wir haben noch mehr Schlüssel also das ist hier kein Problem ein silberner Schlüssel der wiederum hat ja irgendwo hinter der Tür was gebracht ne kleiner Schlüssel boah man ey diese scheiß Schlüssel ey eine Schlüsselkarte kann ich ja wohl was brauchen wir die Schlüsselkarte 10 Cent 10 Cent Hamster 10 Cent gelbe Schlüssel konnten wir hier soweit ich weiß auch nicht benutzen ja gut benutze ja ok also die können wir jetzt hier nicht weiter benutzen Werkzeuge haben wir auch noch das bin ich aber mal langsam hallo Bernard schön dass du hier 10 Stunden rumstehst da gibt es aber rostiger Schlüssel gibt es aber ah doch ok sehr schön ja dann können wir doch jetzt auch mit Bernard hier raus einfach ne ich denke mal schon B G hier öffne ja dann kann ich doch wieder den rostigen Schlüssel benutzen einmal hier ja jetzt ist auch offen ok dann können wir jetzt eigentlich auch mit Bernard hier raus ne dann kann ich ihn ja erstmal hier irgendwo stehen lassen der der hilft uns ja eh nicht weiter ja rostiger Schlüssel benutzen mit der mit der Tür mit der Tür achso benutze rostiger Schlüssel mit Tür mit der Tür mit der Tür